Willkommen zurück, wir sollen Irish finden. Mal schauen, wo der sich rumtreibt. Ob der hier irgendwo am Pennen ist, weil wir sollten uns ja eigentlich ausruhen, nachdem wir die Leute gerettet haben. Mal gucken. Hier schläft irgendwie gerade überhaupt gar niemand. Sind alle on the run hier. Ne, hier ist keiner. Vielleicht hier auf der Seite. Was macht ihr hier Feines? Die Rohre wieder ganz okay. Gut, dann laufen wir hier nach links. Sind hier noch Schlafkabinen? Ich denke, wir müssen da vorne lang. Nehme ich jetzt einfach mal an. Genau. Hier können wir natürlich auch die Tür öffnen. Zack. What the hell? Ach, das ist die Sonne. Ist nicht schon komplett ready, Alter. Mit Maske auf und allem drum und dran. Ist hier drüben irgendwas? Achso, hier ist zu. Jeder, der Mandarinen spricht, menschlich ungebbar befehlt haben. Jeder, der Mandarinen spricht, okay. Ich kann nicht Mandarinen sprechen, es tut mir leid. Da sind wir wohl gerade. Kurz vor den Inselküsten. Okay. Das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Arten runter zu den Generatoren auf L4. Was macht ein Trevor hier? Der ist immer da, wo es Schießereien gibt. Da geht es nicht durch. Alter, die sind hier teilweise echt komplett ausgerüstet, falls die Scheiße am Brennen ist, dass es direkt losgehen kann. Okay. Da ist er vielleicht was zu essen. Wacker. Zivilisten sind nie der Feind. Was ist denn dein scheiß Problem? Halt die Fresse, ich rede nicht mit dir. Motherfucker. Wo ist ein Wacker, wenn der hier so Stress macht? Da, Peck. Hey, was ist los? Oh. Der Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Wir können hier nicht rein, man. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, man. Ich habe das Sagen. Sie ist auf unserer Seite. Lass Sie durch, Leute. Hey, schieb mich doch nicht hier rein. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. So fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom IMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Ja, mach mal zu hier. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Auf dem unteren Fahrzeugdeck, okay. Vertragen? Der hat die übelst Stress gemacht, als wir unterwegs waren. Geht's hier durch? Nee. Geht's nicht durch? Hallo, wie komme ich hier wieder raus? Achso, er macht die Tür auf. Na dann. Ladies first. Admiral Chang auf Krieg aussetzt. Kann er uns angreifen? Wir werden tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Okay. Alter, das ist ein Osprey. Können wir jetzt gucken, wie der startet? Krasser Shit. Dürfen wir jetzt zuschauen? Ah, hier ist noch mehr Osprey. Das Ding ist voll damit. Ah, nee, da wird das hochgefahren. Ach, schade. Na gut. Dann lass uns mal weitergehen. Irish ist voll, oder? Nee, lass es erst mal. Sagt da erst mal noch nichts dazu. Das ist komplett korrekt, Pack. Das weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung. Nicht Irish. Das stimmt auch. Hey, Irish! Fuck! Ach, da ist er. Ja, das geht klar. Hier für dich. Na, Leute? Das musst du aber nicht übertreiben mit deinem Liebsein. Das ist ein... 396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Fallscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das, Kommando. Dann hat es Wacker übertragen. Ach, komm schon, Pack. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich rede mit Garrison, wenn es ein Problem geht. Nein, nicht du. Sondern das Wort wieder. Genau, ich. Verdammte Scheiße, Irish. Jetzt übertreibst du aber mal nicht. Wenn es zu sozialen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison zaubert, dann ist es halt so. Es war das. Ladies first. Okay. Oh, fuck. Was geht denn jetzt ab? Okay, los, 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 raus hier. Hoch, hoch, hoch. Was ist denn los hier? Ist das The Titan? Nicht zu fassen. Alter. Sieht aber nicht gut aus. Was? Wer denn? Okay, los. Alter. Was ist los, Mann? Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie mehr versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommen. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst einem Squad Leader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition. Einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic? Lassen Sie antreten. Ich will den Typen nicht dabei haben. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Ich will den Typen nicht dabei haben. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Habe ich überhaupt noch was zu sagen? So, jetzt suchen wir uns erstmal wieder eine Waffe aus. Ich würde sagen... Was nehmen wir denn jetzt schon? Was gibt es denn überhaupt noch? Alles. Alles gibt es hier. Wir bleiben mal bei der Knarre. Und als Zweit... Oh, wir haben die. Dann nehmen wir die jetzt mit. Und als Zweitwaffe... Nehmen wir mit der Hawk hier. Die Hawk hat mir eigentlich gerade ganz gute Dienste erwiesen. Deswegen nehmen wir die erstmal mit. Okay, fertig. Ich bin ready. Und eine Maske nehmen wir mit. Was ist denn eine Rip? Das ist ein Blipp, oder was? Ich gehe ans Steuer, alles klar. Wie komme ich hier ans Steuer? Jetzt. Okay. Hake uns mal hier aus, irgendwie. Oh, wir haben begleitet. Von dem... Von dem... Aha, sechs. Nice. Lange genug dauert das? Na, ich hoffe doch. Wieso setzen die uns nicht mit dem scheiß Helikopter da ab? Was soll das denn? Das ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, der Fahrt ja alles weiter. Du fresselst uns ins Unbekannte. Was gibt es da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier um einen Job für dich. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Ich bin ein Goldmitsch. Sieh, 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 Marie? Ich genieße die Fahrt. Ich bin es tun zu einem. Hä? Unter der Seite ist ein Reef am Rand einer 3.000 Meter tiefen Zürich. Sieh, sieh, sieh. Kann niemand sehen. Wo steckt die Kuh, verdammt nochmal? Oh, mein Gott. Sieh, aus voller Wasser. Los. Wo soll man da überhaupt hoch? Ich glaube, es muss ein kleiner Bruder. Am Heck. Oh, ich, Sir. Oder sind wir hin? Kommt wir rein. Ja, wo kommen wir rein? Fahrt drumrum, okay. Loch im Rumpf oder so. Loch im Rumpf, ne? Das ist ja die perfekte Aussicht. Wie wär's denn damit? Ja, geht's nicht rein. Hier oder was? Das ist doch scheiße. Ich will hier nicht rein. Was sollt ihr denn hier finden? Ey, kletter doch mal jetzt. Wartet ihr mal auf mich? Ihr seid viel zu schnell. Okay. Na, dann mal los jetzt hier. Ob wir noch Gegner sind? Luke G46, okay. Was ist das? G46. Na, dann los. Na, danke. Ach, du Scheiße. Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los. Oh, nee. Nicht schwimmen. Oh, ich hasse so Dinger. So, wo der in irgendwelchen engen Räumen schwimmen muss. Du hast das Arschloch geändert. Bring rein. Okay. Ab geht, Post. Vorwärts und wenden. Okay. Erreiche die SK-Zentrale. Ich hasse sowas. Ohne Mist. Das ist wirklich so, wovor ich Angst habe vor solchen Situationen. In so einem engen Raum, voll mit Wasser. Du hast keine Chance, irgendwie Luft zu holen, wenn du nicht gerade so ein Atemgerät dabei hast. Und da Schwimmleichen. Wrecker, jetzt schwimmen wir mal ein bisschen schneller. Die hauen uns ab. Und du trittst mir fast jetzt mal ins Gesicht. Ah, nee. Ist ja irisch. Ich bin ja Wrecker. Vollidiot. Jetzt sind wir schon oben. Ah, okay. Raus hier, los. Schwimm nach oben. Oh, wir müssen erst warten, bis der raus ist. Wieso schwimmt er nicht nach oben? Hä, was gibt es denn jetzt hier vor dem Bug? Wieso schwimmt er nicht nach oben? Hallo? Jetzt macht er es. Okay, gut. Hey, hört mal. Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann los. Wow. Medikid? Sir, das blüht wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, zartend. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebende? Das ist mir. Alter, Irish, übertreib's mal echt nicht mit deinem scheiß Leute retten. Gucken wir mal, was machen wir. Alter. Was? Hier unten? Okay. Hier ist noch jemand. Ach, da unten sind die. Okay, dann los. Was? Drauf schießen? Wir sind bereitstum. Gehen wir. Dein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das ganze neun Minuten dauern. Ich bin das Wasser weiterversteigen. Sie sind bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Glass Garrison gehört. Mann, f*** dich! Haltet durch, Leute! Mann, erhört dich! Hier, da bin ich. What the f***? Scheiß, Irish, bleib cool! Es tut mir leid. Es geht mit euch jetzt. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wecker! Wir müssen los. Wir haben uns hier eingesperrt. Bitte lasst uns hier unter sterben. Wir haben euch eingesperrt. Wir haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geändert? Das ist doch sinnlos. Decker. Wir sollten weiter. Wächter, Ehrich! Los, weiter. Nein, nein. Bitte. Sag meiner Mann. Sag meiner Mann. Ich kann doch noch nicht sterben. Nicht, nicht, nicht. Alter, krass. Wir lassen die einfach zurück. Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Okay, weiter, weiter, weiter. Nicht zu lange Zeit hier verbringen. Was ist das hier? Was machen wir jetzt hier? Ah, okay. Festplatte mitnehmen. Alter, reiß dich doch mal zusammen. Wir lassen dich hier gleich zurück. Alter, ich mache das. Motherfucker, Alter. Ah, okay. Oh! Ja, nimm mal halt die Deckung weg, Alter. Ich sehe nichts. Ich schieße einfach nur. Okay, jetzt habe ich irgendwas gekillt. Irgendwas habe ich gekillt. Oh, fuck! Schießt der eigentlich auch mal irgendwie? Wie wäre es denn damit? Da haben wir einen. Okay, das ist zu weit weg. Oh, fuck, Alter. Das zieht gerade nach rechts. Geh mal weiter. Alter, schieß doch auch mal. Den haben wir. Hier sind noch Gegner drin, Alter. Was ist das für ein abgefuckter Shit? Wow. Wow, wow, wow. Alter, schieß doch mal auch hier. Fuck! Boah, was ist mit ihm? Wie, einfach mal weg, Alter. Den haben wir einfach auseinandergebrochen. Einfach auseinandergebrochen. Alter! Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Wir müssen hier runter. Ey, das ist die Trailer-Zene. Go, 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 Leute. Was, Kontakt? Hier, ich habe noch Granaten dabei für euch. Fuck, ihr fliegt... Holy shit. Mehrfach Kill? Alter, wie schlecht die sterben. Ah, Waffe ist schon wieder leer. Leid nach. Shit, wo kommt denn überhaupt diese Granatenscheiße hier her? Okay, den haben wir. Wir müssen erstmal weiter hier. Weiter, 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 weiter. Oh, fuck. Oh, shit, ich bin verreckt. Ja, das war jetzt irgendwie... Mir ist die Munition ausgegangen und ich habe nicht mehr wirklich gecheckt, von wo es kam. Ah, na gut, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Go, 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 go. Go! Kontakt, ja! Dann mach die halt mal platt da. Alter, du! Alter, du! Alter, du! Alter, du! Alter, du! Okay, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Sechs Schuss nur noch, Alter. Wir kriegen hier echt keine Munition aus. Alter, wo kommt denn diese Granatenkacke hierher? Wir müssen schon wieder nach vorne, weil ich kaum noch Munition habe. Okay, go, go, go. Wir gehen jetzt erstmal auf die Seite hier. Ich weiß, wenn die uns mal helfen oder so. Von unserem Schiff aus. Hier war doch irgendwo noch der Heli. Ah, das ist ein... Alter, ich werde schon wieder gekillt. Heilen. Alter, fuck! Schieß doch mal, ihr Motherfucker! Ach, hinter uns ist eine Waffenkiste? Da ist eine Waffenkiste. Ich gehe da schnell hin. Aber fix, Alter. Was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen als Zweitwaffe... Hier, SVD-Test mit. Go, go, go. Ist das ein Gegner? Ja, ja, ich rück ja schon vor. Den haben wir. Da oben ist einer. Ist ja noch was? Naja. Ja, danke. Justierentfernung, okay. Ja, dann los, raus jetzt hier. Wir müssen hier von dem scheiß Schiff runter. Wo gehen wir hin? Hallo, Leute? Wir müssen hier weg. Ich komme von der Titan. Ist das... Nee, das ist aber nicht so... Gehört das zu uns hier, das Ding? Fuck, noch mehr Gegner. Oh, fuck. Fässer-Reakt vor mir. Geh ich da hoch. Wow, 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 wow. Granaten für euch. Fuck, hinter mir Granate. Ich muss weiter. Ich brauche Deckung. Alter, das ist ein scheiß Sniper-Gewehr. Verreckt halt. Okay, gut. Dann lasst uns jetzt hier abhauen, Leute. Da unten ist ein Boot. Das hier, oder was? Ach, das feindliche Boot. Ah, ne. Wir sollen hier springen, okay. Wow. Okay, das ist aber so ein Kampfboot. Alles klar, los. Rein da, das Ding. Da, ab, rein da. Steig ein. Holy fuck, geht's jetzt los. Ach, scheiße. Motherfucker, Alter. Verreckt, Alter. Hältst ein bisschen Fotzen. Zack, ihr verreckt auch. So, wo ist denn unser Boot? Das da? Das ist unseres. Okay, da wollen wir hin. Wie machst du das da? Lass, du schießt uns. Shit, so weißt du ein scheiß Brot. Müssen wir denn? Squad Kill. Bam, ihr Motherfucker. Ist ja noch mehr. Oh, ne M4, nice. Oh, fuck, ein Jet. Sind das unsere oder Gegner? Waffen wechseln. Wow. Den haben wir. Oh, scheiße, was war das denn? Wurden wir jetzt von Raketen anvisiert, oder was? Scheißdreck. Woher soll ich das wissen? Wo starten wir da jetzt? Ah, okay. Wir machen die erstmal das Lat hier. Bam, einfach drüber. Kehre zur Valküre zurück. Ja, wir sind unterwegs. So, wo sind diese scheiß Jets? Die haben wir jetzt von hinten beschossen. Ja, jetzt haben wir sie. Jetzt kommen doch gleich die Jets, oder? Einen Tag. Ich lande hier ein bisschen. Boah. Verreckt, ihr Wichser. Jetzt dürfen aber gleich die Jets kommen, oder? Die machen nämlich Probleme. Oh, das sind jetzt unsere Jets. Ich weiß, halt. Komm, anvisieren. Den wollen wir. Ne, den wollen wir jetzt. Los, Feuer. Treffer. Alter, wie sie einfach mal springen hier. Die haben wir. Squad Kill. Ist das jetzt ein Gegner? Ne, das ist unsere. Ich kann die gar nicht anvisieren. Ich kann die gar nicht anvisieren. Ich kann schon mal von hinten schossen. Was soll die Kacke? Hau ab, Mann. Den haben wir. Go, 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 go. Verreckt alle, ihr Motherfucker. Die haben wir alle. Feuer. Was? Ich hab doch gedrückt. Ah, wir haben keine Munition mehr für das Ding. Guck mal, machen wir die halt so platt. Soll ja nicht das Problem sein. Okay, jetzt haben wir es geschafft, oder? Haben wir es geschafft? MX4, auch noch freigeschalten. Nice. Ist die linke oder die rechte Türe, wo wir hinwollen? Die linke, oder? Oder? Oder kommt noch mehr? Das sind aber unsere Jets, glaube ich. Oh, fuck. War das unser Schiff? Ich hoffe doch nicht. Oh, shit. Wir lassen uns aufeinanderreißen, die Schweine. Ja, die gar nicht. Ich trage mich vorbei. Go, 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 go. Verrecken, Motherfucker. Wo sind die anderen? Oh, fuck, die sind hinter uns. Zack, 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 verrecken, verreckt. Och, alter, verreckt halt. Hier, zauern. Wo ist der andere? Da. Zerstört, nice. Wir müssen endlich mal zur Walküre kommen. Ist das ein Gegner, oder? Ist das nur ein Gegner, oder nicht? Versiert ihn scheiß an. Das sieht irgendwie so aus, als wäre es einer. Aber der schießt nicht auf uns. Oh, fuck. Kommt der jetzt zu uns? Der kommt zu uns, der schießt schon. Wieso müssen wir immer von Hitties angegriffen werden? Was war so eine Scheiße? Wir haben getroffen. Wir haben getroffen. Oh, fuck. Wir müssen das Ding, glaube ich, zerstören. Zerstört, nice. Weg mit dem Ding. Und jetzt ab zur Walküre, alter. Fahrt ihr nicht vor uns weg? Ja, wir wollen da endlich rein. Ja, wir wollen da endlich rein. Und ab. Los, los, los. Wir haben es gleich geschafft. Das Tiefdeck ist unten. Okay, los, rein da. Ist eigentlich da drinne. Verdammte Scheiße. Oh, fuck. Wir haben das vorgeschlossen. Oh, hier drinne wird geschossen? Ist das ein Gegner? Wieso wird denn hier geklingelt? Oh, nee, es war einer bei uns. Alter, Scheiße. Oh, alter, Scheiße. Granaten im Deck. Zack. Ab geht das Ding. Okay, wir haben einen erledigt. Oh, fuck, fuck, fuck. Granate nicht mehr. Shit, shit, shit. Oh, die U-Sers freigeschalten. Nice. Den haben wir. Was sind denn noch Gegner drinne? Oh, fuck, fuck, fuck. Trumstau, sie sind auf dem ganzen Schiff. Die wollen uns alle um... Auf dem ganzen Schiff? Wir haben seit 10 Minuten nichts von der Brücke gehört. Was ist mit den Leuten bei Gasen? Wen meinst du? Das chinesische Paar. Das Schiff ist doch voll von Chinesen. Scheiße. Wir müssen zur Brücke. Sofort. Und sofort zur Brücke müssen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye, Leute. Und ciao.